Scheint so als hätten wir heute mehr zu tun. So, wo ist das Ding Schiff? Nächsten zwei Wege Bagger. Ja, wir reißen uns auch schon was ab. Blumenkübel, kommt man da rein? Naja, aber wieder eine Postblock. Nächsten zwei Wege Bagger. Nächsten zwei Wege Bagger. Nächsten zwei Wege Bagger. Nächsten zwei Wege Bagger. Ne, Schrott und Müll. Profile. Nächsten zwei Wege Bagger. 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 und um 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, da kommt man glaube ich sogar rein. Da führt auch ein Weg hierher, könnte man vielleicht mit dem Fahrrad nutzen. Da gehen wir mit dem Fahrrad lang. Ja, cool. Taschenlampe dabei? Natürlich. So, da fehlen nur die Gleise. Okay. 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 Dann Pflokweil. Rot. Gut, da haben sie auch schon was abgerissen. Okay. 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 Ja gut, Einstiegshilfen liegen hier also rum. So. Findest du zu gemauert. Laderampe abgebaut. Ja. Das ist ja praktisch. So. 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 Du fällst mir was. ging das? Kampe hier festbinden. Das ist klasse. Ey, das ist geil. Das ist richtig cool. OSO Werder. Ja, ja, ja. Also hier kann man bestimmt noch ein paar gute HDR-Bilder machen. Das Stativ im Auto gelassen, Alter. 13,12, was? Ah, eine Flasche. Ja, gut. Wenn man des Schreibens nicht mächtig ist, sollte man es besser lassen. DINAMAX. Cool. Das hat sich schon mal gelohnt. Okay, auch die Unterverteilung ausgerupft. Das hat sich schon mal gelohnt. Okay. 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 Jetzt fährt auch schon langsam hier, Schließmechanismus. Meisterbude, wa? Motorsteuerung auf das Rolltor. Ich sehe auch, ich glaube, ihr seht mich nicht. Ah, eine klingelte Kohl. Stromauslöser. Gucken wir uns nochmal die Meisterbude an. Geil. Geil. Oh, Zeitzimmer sogar. Sekretärinnenform, oh, Teppichboden. Edel, edel. Da auch wieder die Glocke. Oh, was hat sich da? Ja, Poiler. Der Boden vibriert. So, hier ist es wieder. Oh, Teppichboden. Let's start. Da ist der Telefonanschluss. Rasterleuchten. Noch intakt. Ja. Ja, hat sich gelohnt. Tür zu. Da ist auch noch ein Telefonanschluss. Ganz alter. 248 Poliger. Boah. So, das ist in dem Schränkchen hinter. Und da waren mal Schlüssel drin. Ja, interessant. Gleich. Schließt. Irgendwas. Gleich schließend. Ja, ja. Hallo? Ah. 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 Ja. Dann machen wir noch ein paar Fotos hier. Und dann geht es draußen weiter. So. 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 Da ist noch was. Bunkertür. Gasschleise. Gasschleise. Kommt man da rein? Ja, cool. Aber steht unter Wasser. Schade. Da geht es nämlich weiter, da ist noch eine Tür, aber steht alles leider unter Wasser. Fuck. Schade. Das ist ja natürlich wieder ein geiles Ziel. Da ist die Wasserlinie. Das ist eine Gönstschleuse. Ja, schade. Das ist eine Gönstschleuse. Das ist eine Gönstschleuse. Das ist eine Gönstschleuse. Das ist eine Gönstschleuse.